Und herzlich willkommen zurück, euer GB-Crisis mit am Start, mitten in Crysis 2. Ein neues Projekt, ein Wahnsinn. Die Frage ist nur, in welchen Schwierigkeitsgraden wir das spielen sollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich nehme Boss-Humala-Krieger. Das wir eigentlich noch nie überleben, oder? Ein kurzer mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark. Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. CryNet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargrey Brash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit könnten... Transportwege wurden gesperrt. Ich selber suche... Der Benzinpreis dreht die gefurchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wiederfragen. Wo ist unser Militär? Leistung. Was ist toda? Los, los, los! Na, Halladi Waldfighter geht's ja richtig los! und es ist auf ein frame ist das nur ein bild das was sich weiter kurz bewegt okay ich hoffe das ist so das muss wir in die grafikeinstellung das sind sie wieder die freundschaft die hier schläft der arsch ein wir warten hier bis wir den befehl kriegen ein paar böse jungs wo ich blut da oben sind keine bösen jungs ich sag doch das ist eine rein humanitäre krise ebola oder so eine scheiße sagen sie es im alcatraz alcatraz redet nicht viel heute morgen im gegensatz zur gängigen meinung ist tequila nicht gut für die gesundheit das ist doch scheiße ein mensch holt die force recon für eine bergungsaktion da oben sind böse jungs wir haben neue befehle los bewegung und tauchausrüstung anlegen 10 minuten waffen bereit machen los 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 sag ich doch das ebola virus bekämpft man nicht mit dem m16 sie vermutlich schon wir haben nicht etwas von einer alien invasion gehört na klar kommt die tja da jetzt ich hab da ja was der fack alle mann von borg nicht wiederholen alle mann von borg schwerer schaden in außen haut zertragen wir sind getroffen wir sind jetzt verdammte scheiße raus raus nein zum teufel muss ich jetzt hin geht nur da lang da lang komm komm oh scheiße bin da schon da f halten komm mach auf da komm auf und dreckst luke komm ab ja aus leute kommt schneller du gib kummi verdammt nochmal ich hänge ich ja fest musst du mich verarschen eigentlich muss ich lang hallo wo wo nein da muss ich lang komm gib kummi scheiße komm schneller 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 scheiße ich glaub ich werd hier absaufen noch wo gehst du hier lang da raus außer raus hier nein komm gib kummi hoch komm komm hoch doch geh hoch verdammte scheiße geh hoch hoch hab ich gesagt leben wenn wir hier passiv Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Toll, in Ahnung! Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen! Oh ja! Ich glaube der Fuß ist weggeballert worden! Uiuiui! Ja, aber noch steht sie! Stur, schlau! Hehehehe! Hey! Was zum Teufel! Was? Ja! Was zum Teufel! Uaaah! Was? Nein! Springen! Deckung! Was? Wie? Was jetzt? Bin ich jetzt schon tot? Ist das der Anfang? Hallo? Na, ich leb noch! Ach du heilige Scheiße! Was ist hier los? Äh! 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 Was zum Teufel! Wer bist denn du? Oh, what the fuck! Was geht's hier ab? Bist du! Holy shit! Und daneben geschossen! Äh! Holst du mich jetzt raus hier? Wo ist meine Unterstützung? Wo ist das UNO? Haben die verdammten Zeften alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein! Gute! Gute! Heißen sie so? Ja! Gute! Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Oh Mann! Oh Mann! Wo bin ich denn hier gelandet? Verdammte Scheiße! Oh Mann! Hier geht es ja richtig aus! Latonic Axt präsentiert! Boah! Ich kann nicht mal reden! Hehehe! Eine Crytek Produktion! Oh yeah! Ein Vital Ver... Juri's Spiel! Aha! Oh wow 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 wow! Jetzt geht es hier ja richtig ab! Na, was denn das letzt? Uh! Uh! Ah! Durchs Blut! Durchs Blut! Okay! Hallöde! Wer bist denn du? Mein Lieber! Okay! Wärmebildsensor! Panzer! MGs! Scharfschütte! Helis! Oha! Oh verdammt! Scheiße! Oh weh oh weh! Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Geil! Da kann sich bewegen! Alter die Walfi! Hier geht es ja ab! Manno Manno Manno! Rüber da! Weh! Bambi! bulb! N immediately! Weh! Topsfood ACTIVAC! K futuroACIAL- verdad! Whoa ist es schon bien! Ah, ich bin nicht da! Was щissions doet waren! Não Não! Oh wii oh wii! Und jetzt dem Tod Playing- Oh, ein Fick-Panzer! Ach, du heilige Scheiße! Willst du mich verarschen? Verdammt! Boom! Oh weh, oh weh! Oh, jetzt geht's aber richtig los!